In den Frühstunden muss man sich derzeit warm anziehen. Wiesen und Blüten waren am Sonntag früh örtlich durch Reif leicht angezuckert. Beim meist klaren Himmel konnte die Luft stark auskühlen. Wie in der Karte zu sehen ist, gab es vor allem in der Mitte und im Westen Deutschlands leichten Bodenfrost. Selbst im Flachland, wie zum Beispiel am Flughafen Münster Osnabrück, zeigte das Thermometer minus 3 Grad an. In der Nacht zum Montag wird es nochmals kalt. Diesmal ist besonders der Südenfrost gefährdet. Wie an den dunkelgrünen bis hellblauen Farbklecksen zu erkennen ist. Bodenfrost dürfte sogar recht verbreitet auftreten. Dieses Jahr machen die Eisheiligen ihrem Namen alle Ehre. Empfindliche Pflanzen sollten vor dem Frost geschützt werden, damit sie keine Schäden davon tragen.